der wird er ist so oder haben jetzt willkommen zurück zu let's play City Skylines wieder zurück in unserer Stadt wir haben hier scheinbar ein immenses Wasserproblem was natürlich auch klar ist denn wir haben hier kein Wasser so Bürogebäude ist hier immer noch nicht am Start ich weiß noch nicht was man da machen sollte oder kann äh was ich aber mal machen werde ist 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 diese Abzweigung hier vom Bürogebiet abziehen und hier dann äh äh so diese komischen Ausläufer hier die kommen ja auch weg braucht dann auch keiner mehr so und zwar äh sind hier ja noch diese Flächen die machen wir dann mal eben weg das ganze Ding hier so 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 und da machen wir dann das hier da raus und hier können wir dann noch Wohngebiet raushandeln äh und dann packen wir da eine Müllverbrennungsanlage beziehungsweise zwei hin oder sogar drei ich weiß es nur nicht weil es ist eigentlich gar nicht so schlecht wenn da ein paar Müll Dinge zu uns stehen so und die schließen wir dann auch da hinten an so und so und wenn wir ja ganz cool sind dann machen wir das auch noch Moment von hier aus zwei nach oben so und dann äh äh okay ist da zu weit drin äh so und dann so und so ne dann kann man da immer rein ach so und vorher machen wir noch eine Abfahrt falls man oder Frau hier so hin wollen so außerhalb der Stadtgrenzen natürlich ist das außerhalb der Stadtgrenzen warum auch nicht so so und so Ortbis bereits belegt ja das funktioniert super äh äh pfff 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 jetzt packen wir das hier einfach mal mit ein bisschen mehr Planung hier hin dass wir erstmal hier diese Straße auf zwei Dinge zu hoch bekommen äh so und dann hier wieder raufsenken lassen und dann das hier damit verbinden was ja auch super funktioniert einfach ähm okay Moment mal ähm ähm mh wir brauchen erstmal ein Mittelpunkt so und da lassen wir dann ja sicher lassen wir dann die Straßen drauf führen wenn das jetzt noch ginge das wäre famos so und äh so ja das funktioniert super so kann ich das hier löschen hat man hier eine schöne Dreierkreuzung achso aber hier kommt man natürlich noch nicht weg da jetzt aber so ach und ja ne die Leute können da auch abbiegen ne so und dann hat man hier schon mal wieder eine neue Autobahnanbindung was das Wohngebiet vielleicht ein bisschen attraktiver macht und auch die Industrie äh vielleicht lockt so Moment mal das hier brauchen Industrie können wir hier draus dann machen so den Rest machen wir noch zu Büro und dann wäre es gar nicht mal so schlecht wenn hier jetzt mal so langsam auch Industrie herkommt weil sonst wird das ja nix so dann müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen verschnellern und dann können wir uns auch schon mal Gedanken machen wie wir jetzt ähm den Flughafen regeln weil ich hätte eigentlich ganz gerne dass der Flughafen so zentral liegt dass man da immer hinkommt ist halt nur die Frage wie ja die haben alle viel zu viel nicht dumme Arbeiter das ist ein bisschen doof aber trotzdem es funktioniert ja doch irgendwie obwohl leerstehende Häuser natürlich nervig sind so wir können jetzt mal ganz kurz gucken wo ist denn Köln Müsli Brot und Meer Köln Müsli wurde verlassen oh mein Gott wir müssen mehr Arbeiter finden okay verdammt das ist natürlich doof so die verlassenen Gebäude können wir mal eben abreißen weil die Köln Müsli Prozent Prozent das ist weg hier Alter wie viele Gebäude hier verlassen wurden ich habe eine viel zu hoch gebildete Stadt können wir nicht Leute importieren so äh äh ähm was kann ich hier denn noch richtlinienmäßig äh Bevölkerung null Richtlinien Freizeitnutzung nein Bildungsschub nein um Gottes Willen Besteuerung Stadtplanung Kleinunternehmen enthusiast und halt ja ne 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 gut ich meine wenn die hier hinten äh oder wenn die hier hinten wohnen und wir Arbeitsplätze hier vorne schaffen das ist natürlich auch ein bisschen doof gedacht aber gut so wir müssen nämlich eine Autobahnanbindung irgendwie haben die hier hinführt weil wir hier dann den äh Dingen zu packen brauchen auch nicht mehr allzu viele Bürger kommen und dann haben wir das schon erfüllt ja aber wie machen wir das hier kann also die hier fahren auf jeden Fall hier hin so und die hier fahren auf jeden Fall hier hin was ist denn wenn die sich nochmal so und dann hier so so und dann führt man von hier aus ne das ist doof das ist ganz doof das das gibt nämlich nur Streit und Zank nene wir brauchen irgendwie ne Idee wie wir das hinbekommen könnten so erstmal ja dass wir hier ne gerade Straße haben als Endung äh so und dann brauchen wir ne Idee wie führen wir das ganze zusammen weil es muss fließend sein heißt eigentlich hilft da nur ein Kreisverkehr ich bin ganz froh dass ich da jetzt drauf komme weil dann ist das ja schon vorher geregelt oder dann hab ich zumindest die Chance für mich selber schon mal vorher zu regeln äh ja verteilt Verkehr auf vortreifliche Weise ist halt bloß die Frage weil diese Kreuze brauche ich im Moment gar nicht ich brauche eigentlich eigentlich muss ich ja den Kreisel den ich hier brauche selber machen was ja auch jetzt nicht so das Problem ist denn dann machen wir davon einfach einen rechteckigen Kreisel so hier können Leute dazufahren und hier können Leute dazufahren so das funktioniert schon mal nicht das ist schon mal scheiße ähm das ist doch dann einbahn komplett ne ja so heißt ne so bringt das nichts so ach so die können dann okay ja also hier müssten sie ja eigentlich ja oder trennt man die dann oder zieht die dann auf eine Spur zusammen dass man quasi sagt okay von hier aus dann noch eine Spur so und das müsste man dann da auch machen das weiß ich jetzt gerade nicht da bin ich mir nicht sicher so finde ich es eigentlich auch kacke muss ich sagen äh deswegen baue ich das auch nochmal ganz kurz anders so fangen wir da nochmal an so das finde ich schon mal besser okay und dann ja hm und dann äh irgendwie müssen die Leute die von da kommen ja auch irgendwie wieder also müssen ja auch wieder zurück äh ich weiß auch noch gar nicht wie lang der ist ob ich eventuell meinen Kreisel hier viel zu überzogen aufziehe äh naja und ansonsten müsste man das ja auch so machen dass die dazu können aber hier würde ich das dann mit einer ein eine Straße machen so und das gleiche Spiel ne das reicht ja erstmal so beziehungsweise die hier wollen da ja eventuell auch hin heißt die hier müssten wir auch nochmal eben ganz kurz anheben von wem ist denn der Ort bereits belegt dem dusseligen Baum oder was weg damit hier so ja gefällt zu steil das ist mir schon klar äh äh so hm ähm ja ganz toll was ist denn eigentlich wenn man genau auf einer Höhe weiter baut also so quasi und dann hier so macht so dann können die ja alle nur da hin was ja auch der Sinn und der Zweck von der ganzen Sache ist so guck mal jetzt wird es nämlich gleich richtig interessant ähm so hier können wir nicht absinken hier auch noch nicht alter aber das geht ja gut probieren wir es äh was soll groß passieren so okay den habe ich mir bisschen kleiner vorgestellt ähm hä wieso kann ich den denn nicht drehen wo drehe ich den denn achso ne ja so rum ist der natürlich genau falsch rum Junge ähm wie wie drehe ich das denn das habe ich doch gestern auch geschafft äh in game objekteditor simulation anhalten straßen keine 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 planiere ob weh öh sonstiges ne in game speichern straßen auswählen gebiete auswählen äh bildung auswählen der verkehr Da steht was. Info-Ansichten. Nein. U. B. Planierbau für Spielbereiche. Y. Äh. F4. Schnellladen. Schnellspeichern. F1. Karteneditor. Das macht ja auch keinen Sinn. Äh. Wie kann ich das denn drehen? Hochfliegen in der Screenshot. Nein, nein, nein. Okay. Irgendwie... Ja, ich hab das doch irgendwie hingekriegt. Jetzt mal ganz kurz. Erstmal Pause. So. Mit... Nee, das kann der nicht. Irgendwie so. Aber der ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so klein. Das ist schon mal... Fakt. Sag mal, wieso krieg ich den denn nicht gedreht? Muss neben einer Straße platziert werden. Ach so. Das kommt also auch noch dazu. Ähm. Ja, das ist natürlich dann noch viel ungünstiger. Das dann hier machen zu wollen, ne? So wird's dann gehen. Das heißt, wir reißen erstmal den Schmott hier. So. Wir reißen das hier erstmal wieder alles ab. Ja, die freuen sich. Ja, super. Jetzt kommt ein Flughafener hin. Das ist ja viel besser. So. Gefälle zu steil. Ab wo ist es denn nicht mehr zu steil, hä? Wo ist denn das zu steil? Ah, stell dir nicht so an, du Dussel. Ort ist bereits belegt. Ja, das ist natürlich jetzt... ...ne ganz verdrießliche Geschichte. Gefälle zu steil. Und dann... Ah, hier ist dann Ort bereits belegt. Aber hier geht's. Ne, auch nicht. Gefälle zu steil, Gefälle zu steil. Ah. Äh. Ja, dann wird das hier wohl da hingebaut. So. Und dann... Ach ne, Moment mal. Wohl. Ich meine, hier kann er als einziges stehen. Das ist soweit klar. So. Wenn wir die Straße hier löschen. Ne, Moment. Wir löschen nochmal ganz kurz den Ding ins Jahr. So. Wir müssen nämlich ne große Straße bauen für den. Weil anders geht das gar nicht. Äh. Ne Einbahnstraße. So. Ziehen wir die hier lang. Suchen uns hier das Ding ins Haus. So. Gefälle zu steil. Ja, fuck you. Hallo, da vorne hat das doch auch funktioniert. Gefälle zu steil. Und es ist bereits gelegt. Gefälle zu steil. Hier ist es nicht zu steil. Okay. Heißt. Äh. Das hier muss auch nochmal weg. Ja, das heißt, auch das hier muss nochmal eben weg. So. Tut mir leid, aber nö. Wird dann hier alles wegplaniert. Achso, ne. Das kann ja stehen bleiben. Weiß hier die falschen Gebäude ab. So. So. Jetzt aber. Wir bauen hier jetzt erstmal einfach so ne Straße hin. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir den überhaupt irgendwo hinbauen können. Was? Oh Gott. Okay. Wir bauen die Straße einfach direkt neben der anderen Straße. Bauen die hier hin. Auch nach da hin, weil ich weiß ja nicht. So. Jetzt hier. Da. So. So. Dahin müssen wir jetzt nochmal eben bauen. Das ist natürlich jetzt ganz doof. So. Nein. Das ist immer noch nicht richtig. Ich möchte ja. Wieso kann ich eigentlich nicht? Nachträglich bestimmt, wo die hin guckt quasi. Oder wahrscheinlich kann ich das. Und ich bin einfach zu dusselig, was zu finden, diese Funktion. So. Jetzt wird's nämlich richtig witzig. Ähm. Weil das hier ist ja kein so schlechter Ansatz. Problem dabei. Äh. Jetzt kriegen wir ein richtiges Problem. Weil. Wir nämlich jetzt die andere Seite nochmal über die erste Seite kriegen. Oh Gott. Gut. Äh. Autobahn. Sieht für mich erstmal gar nicht so schlecht aus. So. Bild nach unten. Bild nach unten. Das funktioniert natürlich nicht. Warum denn auch? So. So. Zack. Zap, 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 zap. So. Das hier kann eigentlich auch nochmal weg. Das hier auch. Und das hier auch. So. Denn, äh. Wir haben ja gerade eben schon, äh, herausgefunden. Na Gott. Was ist das denn da? Äh. Dass wir auf jeden Fall einen Kreisel brauchen. Warum ich den jetzt so komisch anbaue? Das Ding aus einem ganz einfachen Grund tatsächlich. Äh. Und zwar einfach. Gott. Wo die ganz lang fahren müssen. Okay. Da passt das nicht. Da passt das nicht. Äh. 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 So. So. Wir bauen jetzt hier einfach ohne Rücksicht auf Verluste. Bauen wir jetzt hier einfach durch die Gegend. So. Das hier können wir nochmal abreißen. Äh. Weil wir nämlich irgendwie. Da, 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 da. Beziehungsweise erstmal auf zwei runter. So. Und dann. Können wir das nochmal überführen. Nein. Gut. Dann. Ach du Kocke. Nee. Und doch lieber so. Und dann. So. Watt ne Geburt. Okay. Ja. Sila ist der Straßenkünstler. Ich bin die G auf ihre Straße. So. Äh. Jetzt können wir in so einem Einerstrich da nochmal ran. Und in einem Einerstrich nochmal hoch. Auf ein. Dann. Darüber. Und dann. Äh. Nee. Darüber ist ja Quatsch. Da. Darüber. Und dann daran. So. Dann hätten wir das in eine Richtung quasi schon mal geklärt. Die werden da nämlich alle auf dieser Spur hier zusammengeführt. So. Jetzt kommt die Sache in die andere Richtung. Weil das da eigentlich genauso läuft. Beziehungsweise. Äh. Ich will diese Richtung hier an die andere Richtung anschließen. Wenn ihr wisst was ich meine. Heißt. Er wird auch nochmal so richtig hart angehoben. Und dann hier so irgendwie. Wir versuchen das mal Straße um Straße. So. Zum Beispiel. Ah 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 ah. Nee. So nicht. So. Und dann so. Und dann so. 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 So sieht das nämlich dann mal aus. So. Und dann. Nee. Moment. Das ist ja Quatsch. So. Dann können wir hier hinten nochmal den Kreisel bauen. Und dann die die wieder weg wollen. Von da. Die fahren dann mit einer Autobahn. Oder mit dieser Autobahnverbindung. Fahren die dann nämlich. Hier rüber. Hier rüber. Moment. Kann doch nicht wahr sein. Hier rüber. Ach komm. Setz doch den Einpfosten da nicht so behindert. Du dumme Sau. Ah. Diese Sau von Spiel. Ach komm. Ja super. Was bringt mir das denn da? Ach so. Gott. Okay. Das funktioniert hier noch nicht so ganz. Wie ich mir das vorstelle. Okay. Noch mal ganz kurz weg. Wie machen wir das jetzt? So. 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 Genau so machen wir das jetzt. Das hier kann ich schon mal wegkauen. Sehr gut. So. Und dann. Und wie hier nämlich auch nochmal so ein Kreisel. So. Und von hier ausgehend können wir dann wieder hier den Anschluss setzen. Und hier hinten den Anschluss setzen. So. Und so. Und. Hm. Ja. Notfalls. Könnte man dann noch. Hier in den Anschluss setzen. Weil ich nicht mehr weiß wohin. So. Nachdem wir dieses Gewusel jetzt gemacht haben. Äh. Der Dingens mit Strom und Wasser versorgt ist. Äh. Mann. Gerade so. Ich mach das einfach. Auf Verdacht schon mal. Ja. Dass er sich beschwert hier. Können wir Play machen. So. Und jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Ah. Fahren hier überhaupt Autos lang? Oder schätzen die das gar nicht? So. Wie ist der Betrieb? Normalbetrieb. Kreuzung und Verkehr. Ja. Dankeschön. So. Äh. Flughafen. Flughafen besuchen. Verlassen. Über Flughafen. Besuchen und verlassen. Die Person. Die Lina. Okay. Ich hab noch keine Maschine gesehen. Die müsste doch eigentlich langsam mal ankommen. Oder nicht? Und warum brennt hier so viel ab? Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. 1.500 Milliarden. Komm. Hier. Packen wir auch nochmal irgendwo hin. Da. Baukosten. Da. Klatsch. Ist da. Das ist auf jeden Fall schon mal im schnellen Vorlauf. Und Büroplätze werden gesucht. Ne. Was? Gewerbegebiet. Oh scheiße. Gewerbegebiet haben wir fast gar nicht. War? Wer macht das vielleicht aus? Ach. Ach. Ach ne. Doch nicht. Hier ist ja unser Gewerbe-Büro-Zeug-Gebiet. Hm. Vielleicht sollten wir einfach mal das hier nochmal auf Leer stellen. So. Und dann hier dicht besiedeltes Gewerbegebiet rantüten. Das machen wir jetzt mal überall so ein bisschen. So. Hier. Da kommt dann das hier hin. Und. Ja gut. Da hinten kommt halt noch. So. Und hier. Und. Keine Ahnung. Hier auch noch. Wo die halt so Bock haben. Wo die halt so Bock haben.